Das Ganze verbunden jetzt noch mit einer perfekten Figur, mit der Muskulatur, die sehr, sehr gut austrainiert ist, die sich in Bestform hier beim Wettkampf präsentiert. Regina Auer, sie kommt aus Linz, hat quasi ein Heimspiel, hat sich stark verbessert in den letzten Jahren, stark verbessert auch im direkten Vergleich zum Grand Prix in Essen. Sie hat eine einjährige Tochter namens Sarah, ist Aerobik- und Fitnesstrainerin und mit ihren 29 Jahren voll austrainiert, vom Scheitel bis zur Sohle. Ganz klar das Publikum, das stand hinterher.